Late-Night-Shopping von Rapid in den Fanshops in Hütteldorf und im Stadioncenter am kommenden Donnerstag ab 18 Uhr. Die Gelegenheit, sich für das bevorstehende Weihnachtsfest mit den aktuellen grün-weißen Fanartikeln einzudecken. Viele Spieler aus der Kampfmannschaft werden wieder im Rahmen des vorweihnachtlichen Job-Rotation-Programms als Verkäufer fungieren. Natürlich darf da das eine oder andere Autogramm nicht fehlen. Im Printbereich der neuen Homepage von Rapid kann man schon vorab im Fanartikelkatalog online gustieren.